Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um die 5 Minuten Raw Challenge, aber diesmal gibt es eine kleine Neuerung. Diesmal findet die 5 Minuten Raw Challenge nämlich nicht in Lightroom statt, sondern in Lumina 3. Viel Spaß! Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Wie immer der kurze Hinweis am Anfang des Videos. Ich würde mich freuen, wenn du mir da auch folgen würdest. Da poste ich immer meine neuesten Bilder. Aktuell gibt es relativ viele Fotos von den Ferroir-Inseln. Dort war ich ja zuletzt und da kannst du dann auch die Ergebnisse entsprechend sehen. Nächstes Jahr gibt es dort auch Workshops auf den Ferroir-Inseln. Der erste Workshop ist schon so gut wie voll, also falls du da noch Interesse hast, auf jeden Fall schnell beeil dich. Die letzten Plätze sind da noch frei. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch noch einen zweiten Termin geben, damit ich da allen gerecht werde. Jetzt lasst uns starten mit der 5 Minuten Raw Challenge. Ich freue mich ganz besonders darauf, denn ich habe wieder zwei wunderbare Fotos bekommen von euch. Zum einen hier von dem Maximilian. Das eine Bild in der Landschaft hier mit dem Menschen drin. Zum anderen hier ein Portrait, nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall People-Fotografie hier und das ist von dem Volker. Also diese beiden Fotos werde ich hier heute bearbeiten und zwar dieses Mal in Luminar 3. Da haben wir ein paar andere Möglichkeiten. Ich bin selber gespannt darauf, wie das Ganze wird. Ich bin auch gespannt darauf, ob da die 5 Minuten ausreichen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Also auch nochmal kurzer Disclaimer hier am Anfang. 5 Minuten ist natürlich keine Zeit, wo man normalerweise ein Bild bearbeiten kann. Das ist hier eine Art Challenge. So müsst ihr es sehen. Ja, es ist hier auch ein Stück weit Unterhaltung natürlich. Ich werde wahrscheinlich auch nach den 5 Minuten selber nie 100%ig zufrieden sein. Und gerade wenn man dann nach einer halben Stunde oder so nochmal auf das Bild guckt, dann könnte man vielleicht auch noch ein paar Sachen ändern. Aber die Challenge ist es hier, in 5 Minuten ein Bild so gut es geht zu bearbeiten. Ihr könnt natürlich wie immer gerne unten in den Kommentaren auch eure Meinung dazu schreiben. Vielleicht hättet ihr was anderes gemacht und vielleicht gefällt es euch auch. Ich packe jetzt 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Also, ich habe jetzt hier mal den Arbeitsbereich komplett gelöscht. Normalerweise sind da immer schon so ein paar Filter offen. Ich wollte aber hier mit einer kompletten neuen Filterreihe beginnen. Ich klicke jetzt hier einmal auf Filter hinzufügen und das erste, was ich mache, ist eine RAW-Entwicklung. Das ganze Bild ist ja hier auch logischerweise eine RAW-Datei. Okay, dementsprechend werde ich das Ganze jetzt hier mal ein bisschen in der RAW-Bearbeitung noch bearbeiten. Ich werde jetzt hier also als erstes mal so ein bisschen Kontrast hinzufügen. Ich denke mal hier, dass ich die Lichter noch so ein bisschen verstärken kann, einfach um diesen Sonnenstrahleneffekt noch so ein bisschen rauszubringen. Vielleicht noch so ein bisschen die Schatten aufhellen. Ja, dafür die Schwarztöne ein kleines bisschen weiter runter. Die Weißtöne noch ein kleines bisschen nach oben. Also, ich baue jetzt hier insgesamt so ein bisschen Kontrast einfach auf. Ich denke auch, den Weißabgleich kann man hier noch so ein bisschen ins Kühlere ziehen. Ja, so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Ich werde jetzt hier mal noch die Objektivverzeichnung und die chromatischen Aberrationen entfernen, damit auch das hier schnell erledigt ist. Und dann geht es direkt weiter in den nächsten Filter. Und da werde ich als nächstes mal hier, ich werde mal gucken, den Sky Enhancer hier werde ich nicht wirklich benötigen. So ein bisschen Dunst entfernen. Den werde ich mal auf jeden Fall noch reinbringen. Mal schauen, was das Ganze hier so bringt. Ja, du siehst es jetzt hier, wenn ich den nach oben drehe, auch mehr Kontrast, mehr Farbigkeit ins Bild bringen. Ich will den nicht zu doll anwenden. Ich denke mal, hier so ungefähr eine Stärke von 20 ist ganz okay. Damit kann man ganz gut arbeiten. Und dann das nächste, was ich machen möchte, ich gehe jetzt hier oben mal in die Suche rein, denn ich möchte hier nicht immer scrollen. Ich werde mir als nächstes hier die Kurven raussuchen. Hier, das finden wir unter Professional, Kurven. Und da werde ich hier so einen kleinen Matteffekt in das Bild zaubern. Das bedeutet, ich werde jetzt hier also die Schwarztöne so ein bisschen nach oben ziehen. Und dafür dann hier in den Schatten, also in den etwas helleren Bildbereichen, das Ganze hier wieder so ein bisschen abdunkeln. Ja, die Weißwerte hier oben werde ich so ein bisschen herabsetzen. Dafür hier auch in den helleren Bildbereichen das Ganze wieder so ein bisschen aufbauen. Also du siehst, ich baue hier so eine kleine S-Kurve rein. Und das gefällt mir so schon ganz gut. Wenn wir hier schon sind in dem Filterkatalog, dann nehme ich gleich den nächsten Filter. Das ist der HSL-Filter. Den brauche ich hier auch unbedingt, denn ich möchte hier noch so ein bisschen mit den Farben herumspielen. Ich bin nicht so ein großer Freund von diesen krassen Grüntönen. Deswegen, ich werde die Grüntöne immer so ein bisschen Richtung Gelb abwandeln. Ich schiebe die jetzt hier einfach in den Farbton, in der Farbtonpalette immer so ein bisschen weiter Richtung Gelb. Die Gelbwerte auch noch so ein bisschen weiter Richtung Orange. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich werde auf jeden Fall in der Sättigung auch die Grüntöne hier noch so ein bisschen rausnehmen. So ein kleines bisschen die Gelbtöne. Ja, und hier so Lila, Magenta und so weiter. Diese Farbtöne, die können ja alle noch so ein bisschen entsättigt werden. Orange auch ein kleines bisschen. So gefällt mir das echt schon ganz gut, das Bild. Ich werde jetzt mal weiter gucken. Ich werde auf jeden Fall, was ich noch machen werde, dazu werde ich hier die Suche erstmal wieder rausnehmen, hier noch die Sonnenstrahlen-Filter mit einbauen. Das ist echt ein cooler Filter, den ich in Lightroom halt nicht habe. Und hier kann ich quasi mir neue Sonnenstrahlen ins Bild malen. Und das Tolle ist jetzt, ich kann dieses Sonnenzentrum hier platzieren. Mit Klick auf diesen Button kann ich jetzt hier einfach das Sonnenzentrum in dem Bild verschieben. Und dadurch ändern sich auch so ein bisschen die Sonnenstrahlen. Die Sonne ist jetzt hier im Original gar nicht im Bild direkt drin. Und deswegen will ich das jetzt hier auch gar nicht anders reproduzieren, sondern ich schiebe jetzt diese Sonne hier auch so ein bisschen dorthin, wo sie eigentlich auch tatsächlich war. Aber das Schöne ist jetzt einfach, ich kann diese Sonnenstrahlen, die hier eh schon so ein bisschen in dem Bild drin sind, noch so ein bisschen verstärken. Und das ist eigentlich der Effekt, den ich haben möchte. Vielleicht ziehe ich es hier so ein bisschen weiter rein. Ja, perfekt. Und dann kann ich jetzt hier noch relativ viel an den Sonnenstrahlen selber an der Farbtemperatur machen. Also ich werde jetzt die Farbtemperatur hier noch so ein bisschen anheben, damit es hier so ein bisschen dem Sonnenuntergangs-Feeling gerecht wird. Auch in der Sonne selber kann ich die Farbtemperatur noch angleichen. Und ich werde jetzt ein bisschen die Stärke rausnehmen. Und den Look so ein bisschen rausnehmen. Ich denke mal, von der Länge her passt das soweit ganz gut. Und, ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann ist auch dieser Effekt hier mit drin. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist ein bisschen goldene Stunde. Ja, wir sind ja hier gerade in der goldenen Stunde. Und da möchte ich diesen Effekt einfach noch so ein bisschen verstärken. Siehst du jetzt hier auch. Deswegen habe ich vorhin auch diese Orange-Werde so ein bisschen rausgenommen. Denn die kommen jetzt hier wieder so ein bisschen rein. Und da darf man das halt einfach nicht übertreiben. Und am Ende noch so ein kleiner Orten-Effekt. Der Orten-Effekt, wenn der sehr doll ist, siehst du, was passiert. Ja, also mehr Kontrast. Und das ganze Bild wird so ein bisschen weicher. Möchte ich auch nicht übertreiben. Aber so eine Stärke von 20 ungefähr. Und so ein bisschen Helligkeit bringe ich hier wieder mit rein dabei noch. Und ein kleines bisschen mehr Kontrast. So, dann mache ich den Filterkatalog hier erstmal wieder zu. Und ich denke mal, das ist ein bisschen, müssen wir das Bild noch beschneiden. Denn hier unten haben wir noch zum Beispiel so eine Wasserflasche drinstehen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Werkzeuge zuschneiden. Ich denke nämlich auch insgesamt, dass ich hier mit einem geringeren Bildausschnitt so ein bisschen mehr Interesse einfach noch wecken kann. Wenn ich das jetzt hier mal so ein bisschen rüberziehe. Von dem Himmel brauche ich eigentlich nicht viel, weil der ist eh uninteressant. Da sind keine Wolken drin. Das ist relativ unspektakulär. Deswegen will ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen kleiner ziehen. Ich möchte jetzt auf der linken Seite hier auf jeden Fall noch den Sonnenuntergang drin behalten. Ich sehe jetzt übrigens auch gerade, meine Zeit ist abgelaufen. Deswegen an der Stelle jetzt hier mal Stopp. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Sekunden überzogen. Aber ich denke mal, so kann man das Bild einigermaßen lassen. Vielleicht noch so ein kleines bisschen Farbtemperatur hier rausnehmen. Ja, ungefähr so. Und jetzt schauen wir einfach mal. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Ja, da ist schon eine ganze Menge passiert. Gerade hier oben ist das Ganze jetzt hier so ein bisschen mehr im Dunst verschwunden. Was mir aber sehr, sehr gut gefällt. Also ich muss sagen, für die fünf Minuten ist es doch ganz akzeptabel geworden. So, das war das erste Bild. Lass uns gleich weitermachen mit dem zweiten. Das ist jetzt hier das Bild von dem Volker. Und schauen wir doch einfach mal, was wir hier daraus machen können. Ich denke mal, dass ich hier so ein eher raueres Porträt daraus machen werde. Denn man sieht ja auch, der Mensch, der hier abgebildet ist, der ist schon ein bisschen älter. Also, oh Gott, ich will jetzt dem Menschen nicht zu nahe treten. Aber man sieht, dass der auf jeden Fall so eine kantige Person ist. Und deswegen denke ich mal, können wir hier das Ganze so ein bisschen rauer bearbeiten. Ich packe jetzt wieder fünf Minuten auf die Uhr und sage einfach mal, los geht's. Und werde jetzt auch hier die ersten Filter hinzufügen. Ich fange auch hier wieder an mit der RAW-Entwicklung. Das ist am Anfang immer ganz wichtig. Hier so ein paar Schatten werde ich jetzt hier noch auffällen. Beziehungsweise, ha, vielleicht dunkel ich sie auch einfach mal so ein bisschen ab. Ich denke mal, ich dunkel sie noch so ein bisschen ab. Lichter so ein kleines bisschen abdunkeln. Schwarztöne so ein kleines bisschen nach unten. Weißtöne so ein bisschen nach oben. Einfach, um hier noch so ein bisschen Kontrast aufzubauen. Ja, der Kontrast insgesamt kann auch noch ein Stück weiter nach oben. Das ist so schon ganz okay. Ich werde auch hier wieder in die Objektive, in den Objektivreiter reingehen. Objektiv, Verzeichnung, chromatische Aberrationen sind hier schon angeklickt. Das ist gut. Gut, also das kann man so lassen. Und dann werde ich mal gucken, der neue Accent AI Filter 2.0. Der ist jetzt seit dem neuesten Update draußen, was ungefähr seit einer Woche da ist, dieses Update. Könnt ihr mal gucken, falls ihr Luminar schon besitzt. Einfach mal schauen nach dem Update. Das gibt es kostenlos. Ansonsten, wenn ihr Luminar neu haben wollt, dann könnt ihr auch jederzeit Luminar kaufen. Da ist dieser neue Accent AI Filter mit dabei. Und das Coole an diesem Filter ist, ich habe es auch schon mal in einem anderen Video erklärt, der erkennt jetzt automatisch, wo die Personen sind und wird jetzt diese Person also nicht mehr mit involvieren in diesen Effekt. Stattdessen wird jetzt wirklich nur noch der Hintergrund hier quasi bearbeitet. Und dieser Accent AI Filter, künstliche Intelligenz, hält das ganze Bild so ein bisschen auf, beziehungsweise gleich die Helligkeiten so ein bisschen an, gleich den Kontrast ein bisschen an, die Farbigkeit und so weiter. Und der gefällt mir hier an dieser Stelle sehr, sehr gut. Dann werde ich mal den Grünverbesserungsfilter hier noch mit reinnehmen. Hier mal die Stärke ein bisschen nach oben stellen. Und jetzt einfach mal hier vom Farbton noch so ein bisschen gucken, dass ich das Ganze mehr so ein bisschen Richtung herbstliche Farbtöne bringe. Stärke wieder so ein bisschen weiter runter, so auf 10 ungefähr. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann werde ich auch hier als nächstes wieder in die HSL-Tabelle reingehen. Denn auch hier möchte ich wieder so ein bisschen noch an dem Look arbeiten. Gerade von der Sättigung her, das Grün, das kann hier so ein bisschen entsättigter sein. Auch das Gelb kann so ein bisschen entsättigter sein. Wir haben auch viele Gelbtöne in den Grün im Gras und in den Bäumen drin. Deswegen auch immer das Gelb so ein bisschen mit beachten. Also nicht nur das Grün. Das Rot können wir auch noch so ein bisschen entsättigen. Ich finde das Hemd hier sehr, sehr schön. Das kann auch durchaus hier im Vordergrund sein. Aber so ein bisschen müssen wir das Ganze hier so rausnehmen. So ein bisschen Orange habe ich auch noch rausgenommen. Lila, Magenta. Also ich möchte das ganze Bild hier einfach so ein bisschen entsättigen. Ich denke mal, so passt das schon ganz gut. Und dann werde ich als nächstes auch hier wieder mit Kurven arbeiten. Denn ich möchte diesen Effekt, den ich gerade eben bei dem anderen Bild gemacht habe, ich glaube, der passt hier auch richtig gut. Wenn man jetzt hier auch wieder die Schwarztöne so ein bisschen rausnimmt quasi, die so ein bisschen heller macht, die Weißtöne so ein bisschen rausnimmt. Ja, das hat einfach so einen coolen Effekt. Gerade hier bei diesem Foto finde ich das extrem stark. Ich denke mal, hier kann man noch so ein bisschen mehr Kontrast reingeben. Nicht zu viel, aber so passt es auf jeden Fall schon richtig gut. So, dann sollten wir auf jeden Fall auch noch mal gucken, dass wir hier mit Klarheit arbeiten. Ich habe es ja vorhin gesagt, ich möchte das ganze Bild so ein bisschen rauer gestalten. Und da ist natürlich Klarheit gefragt. Und wenn ihr jetzt hier mal guckt, Klarheit, wenn ich den nach oben ziehe, das bringt das ganze Bild in den Mikrokontrast noch so ein bisschen weiter nach vorne. Ich denke mal, ich werde jetzt hier so ungefähr eine Stärke von 60 anwenden. Ist normalerweise relativ stark. Ich sage normalerweise immer so, seid vorsichtig mit dem, was ihr macht, wenn ihr den Klarheitenregler benutzt. Aber an dieser Stelle funktioniert das Ganze echt richtig gut. Eine Vignette Tio möchte ich auf jeden Fall auch noch mit einbauen. Finde ich in diesem Bild auch ganz wichtig, dass wir hier so einen Abschluss drin haben. Nicht zu doll, aber so minus 40 ungefähr. Eine weiche Kante kann man hier noch so ein bisschen mit dazugeben. Und die innere Helligkeit, das finde ich auch ganz spannend. Man kann hier tatsächlich in diesem Filter auch den inneren Bereich noch mal so ein bisschen aufhellen. Im Gegensatz zu dem äußeren Bereich. Und das ist auch ein Effekt, den ich hier an dieser Stelle richtig toll finde. So, das sieht doch soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. Ich werde auch vielleicht hier so einen leichten Matte-Look mal noch mit reinbauen. Ich meine, ich habe das im Endeffekt ja schon mit den Kurven gemacht, aber ich kann auch hier an dieser Stelle noch mal den Matte-Look so ein bisschen verstärken. Ich zeige dir das jetzt hier an dieser Stelle mal. Also, man darf es nicht übertreiben. Aber einfach nur mal, dass du beide Wege kennenlernst. Und vielleicht funktionieren die kombiniert auch ganz gut miteinander. Verblassen werde ich mal gucken. Ja, nee, das sollte man nicht zu doll nehmen. Da mache ich mal maximal so 10. Aber dafür noch ein bisschen mehr Kontrast. Ja, das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Also, da haben wir jetzt echt schon eine ganze Menge herausgeholt. Ich denke mal, so kann man es fast schon lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt noch mehr machen möchte. Ich habe zwar jetzt noch 20 Sekunden, aber ich würde fast behaupten, das kann man so lassen. Ich würde jetzt das ganze Bild noch so ein kleines bisschen schärfen zum Abschluss. Ja, also hier so ein bisschen die Stärke nach oben drehen auf ungefähr, ja, vielleicht so 20. 19 bis 20. Den Radius dafür so ein bisschen weiter nach unten. Und hier maskieren kann man ruhig noch so ein bisschen weiter nach oben stellen. Dass man also tatsächlich hier wirklich nur die Bildbereiche schärft, die wirklich notwendig sind. Jetzt sind die 5 Minuten auch hier vorbei. Und ich möchte Ihnen natürlich auch hier einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt aus. Ja, also auch eine ganze Menge passiert im Look. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Wir haben hier so ein paar Überstrahlungen drin. Jetzt im Nachhinein würde ich jetzt hier vielleicht die Lichter noch mal so ein bisschen herunter korrigieren. Dass man hier einfach, ja, nicht die krassen Überstrahlungen drin hat. Ungefähr so minus 60, denke mal, ist besser vorher, nachher. Ja, ich denke mal, so passt es auf jeden Fall richtig, richtig gut. Vielleicht zum Abschluss würde ich das Bild noch mal so ein bisschen beschneiden. Auch wenn wir jetzt über die Zeit sind und das jetzt eigentlich nicht mehr mit dazugehört. Aber ich glaube, ich würde die Person eher so ein bisschen weiter hier auf links packen. Von dem Himmel würde ich gar nicht so viel mit reinnehmen, weil der ist auch wieder relativ langweilig. Da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Also vielleicht machen wir das wirklich mal hier so. Ja, nicht ganz so weit. Ungefähr so. Wenn ich jetzt hier mal auf fertig klicke, ich glaube, ja, ich glaube, das sieht fast noch ein bisschen besser aus. Okay, also, das waren jetzt hier mal zwei Fotos bearbeitet in Luminar 3. Fünf Minuten Raw Challenge pro Bild, also nur fünf Minuten gehabt. Ihr könnt urteilen, ob ihr es gut findet oder nicht. Es ist ja sowieso immer persönlicher Geschmack. Ganz ehrlich, Leute, ja, ihr habt eure Meinung, ich habe meine Meinung. Ich finde es so eigentlich ziemlich gelungen. Vielleicht, wenn ich morgen rauf gucke, würde ich jetzt auch sagen, wer weiß, vielleicht noch mal ein bisschen was anders machen. Aber grundsätzlich bin ich hier doch sehr zufrieden mit den beiden Bearbeitungen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir den ganzen Video einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefallen hat. Falls ich mehr Luminar-Videos auch machen soll, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Und dann würde ich das natürlich auch tun, wenn Interesse besteht. Ansonsten, falls du es noch nicht getan hast, natürlich den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten. Mach's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.